Richard Lugner befindet sich momentan im Krankenhaus. Er ist gestürzt. Was meinen Sie dazu? Schicken Sie ihm liebe Grüße? Den Herrn Lugner? Ja, gerne. Ich wünsche ihm alles Gute. Vom ganzen Herzen, selbstverständlich. Gute Besserung. Ich wusste nichts davon, aber ja, gute Besserung. Und baldige Genesung. Das heißt, Sie schicken ihm jetzt ins Spital wahrscheinlich gute Besserung? Ja, auf jeden Fall. Also, ja, auf jeden Fall, ja. Aber Sie verfolgen Richard Lugner mit. Er war ja immer wieder auch auf verschiedenen TV-Kanälen zu sehen, auch sein Privatleben. Was sagen Sie zu seinem Privatleben? Also, ich muss sagen, ich verfolge sein Privatleben eigentlich überhaupt nicht. Ja, ja, ich meine, ich gehe auch in die Lugner City sehr gerne einkaufen. Es ist eine sehr nette Persönlichkeit, ja. Er ist ein netter Mensch. Was haben Sie für einen Bezug zu Richard Lugner? Gar nicht. Wir sind aus Deutschland, aber ich habe es gestern eben in der Tromm, glaube ich, gehört. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wer der Mann ist. Aber selbst in Deutschland ist der Richard Lugner vielleicht vom Opernball her ein Begriff? Möglich. Aber den Wiener Opernball kennen Sie schon? Nein, aber selbstverständlich. Fernsehen immer dabei. Alles, was um Wien ist. Richard, Ritschi, schöne Grüße.